Ah, nein, hat er nicht gelangt! Jetzt sind wir doch schon zwei Löffel her wie vorher. Hätte sein können, oder? Oh, das ist die ganze Mücke da, ui da. Können wir jetzt Tau hernehmen? Ja, wir brauchen den einen oder anderen Weg noch schnell. So. Weiß Tau haben wir eigentlich noch nie benutzt, gell? Doch, einmal. Echt? Ja. Warte mal, wie das? Da wir jetzt interessieren. Das ist deshalb nicht mal als Dungeon da. Ja, hallo! Irgendwann ist es mir wieder gut da. Ja, ich habe auch schon geprückt. Mach alle! Mach alle! Ja! Wir kommen jetzt auf alles durch, wenn wir einen dabei haben. Wir kommen jetzt den restlichen komplett in deinen Schnaps, oder? Ach so! Kann sein, oder? Tippe jetzt mal! Wie schnell es dir das zusammen ist, abwarte ich. Das ist echt brutal, die Schnür beinahe und ich. Ich glaube, meins macht aber auch mehr Damage. War nix, oder? Nein. War nix, eh, nein. Oben rechts. Nein, doch nein. Ich bin auch zurückgeholfen. Dann brauchst du es ja. Dann kannst du eh gar nicht aus. Oh, normale Mucke. Gut. Oh Gott, jetzt müssen wir ganz zurück zum Strand. Ja. Jetzt haben wir vorhin im Eisgebiet auch müssen. Hm, auch für rechts. Das hat bis jetzt immer nur die Kleine draufgefahren. Ja. Die gibt's da. Ah, ich hab da draufgehauen. Ja. Spacko. Oh, nein. Nur kann man mich heilen, hm? Schaut doch mal so gesund aus. Na ja, also nicht mehr wie die Hälfte. Ich bin nicht mehr gesund aus Schau, es gäbe. Ja, und ein Fuchski hat's halt gekaut. Ja, mehr wie die Hälfte. Weißt du selber, wie schnell das geht? Wollen wir da links, ja. Können wir von oben kommen. Ja, links ist die Falle. Ja, da. Ah, Mann. Warum? Weil's Nacht wird. Und ich hab Angst in der Nacht. Ja, ich bin einfach blind. Nein, mein Gladiator. Ich hab Angst in der Nacht. Ja. Drauf gehämmert. Wird er sich gefreut? Ja. Budi, budi. Wird er sich gefreut? Was? Ja, du auch gerade. Ja. Ja. Von dir. Du, ja, ja. Oh. Links, oder? Ach, stimmt. Da kann man dann links aussehen. Das ist ja der Shortcut sozusagen. Ja. Da kann man dann links da sein. Ja, jetzt war ich ihnen, dass ich es nicht schnitzel. Oh, ja. Okay, da wird die Glorhehl, das ist übel. Na ja, du warst grad mal mit grün fertig. Ja, ich hab einen drüber gehabt oder so. In dem Kampf. Mit grün ist bei mir meine 4. Oder bei jedem. Es ist bei jedem 4 und 3. Und das nächste werden da noch mit 2 sein, Schatz, und so ist. 1? 4, 3, 2 ist mein Tipp. Kann sein, ja. Aber sonst meine, geht es sich um bei mir mit dem Ding nicht hin, oder? Es kann... Ah, nein, 3 meine passen oben rechts nicht mehr hin bei mir ins Eck. Ohne, dass das Porträt verschiebt. Na doch, das glaub ich schon, es werden trotzdem bloß 2 werden. Weil es dann einfach schöner hingeht. Ich bin noch gespannt, was ich dann krieg. Ach so ein Ding. Sorry. Kannst du da noch mal schlafen? Uh, da sind 6 Beaten. Dürfen wir jetzt mit 6 spielen? Ja. 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 Ach. Na gleich, wir müssen wir so viel kosten. Hm, das ist noch gar kein Spell gerückt, oder? Auf dem nächsten Level ab. Perfekt. Perfekt. Nimm das Seil her. Fang den mit dem Lasso. Wer ist jetzt von der Küche aus, oder wie? Ah, wieso? Das sind jetzt nichts wichtiges. Aber jetzt mag ich den anderen mal. Das ist 100% oder der letzte? Warum? Weil das der letzte ist. Ist der Herzinger am letzten Teil auch schon der letzte? Interessiert mich nicht. Wenn wir jetzt da hergehen und dann runtergehen. Ah. Ich will da hin. Hätte er jetzt nicht wegbrennen können. Das hätte ich mir gedacht, dass wir so viel brauchen, dass wir da durchkommen, aber anschein. Oder wir müssen mal auf Nacht herkommen. Ne. Ja. Hm. Vielleicht kann man mit der Lunatic ein Tagesspell machen. Tagessair. Da waren wir schon drauf, oder? Da waren wir drauf, ja. Dann schauen wir mal hin, oder? Dann müssen wir da hin. Dann müssen wir da hin. Dann müssen wir da hin. Ja, ist schon klar. Aber da könnten wir auch nicht hin schauen. Dann müssen wir gleich dort. Dann müssen wir über den Fluss. Oh. Uh-huh. 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 Ja, ja. 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 Mhm. Aha. Das heißt, wenn du nicht dich befreien, dann ist der Tag. Glaub nicht, dass es recht viel mehr Items gibt wie dich. Auch für die nicht brauchen wir so viel. Ja, mehr als eins, dass wir einfach mehr haben. Ja, im ersten Teil war es ja dann endlich. Deswegen haben wir es ja auch nicht mehr hernehmen können, weil wir nicht mehr können, oder? Ja, du hättest ja gleich gesagt, im Lagerverstand. Beim ersten Teil was gekauft hast du, oder? Ach so, ja, okay. Wollt noch mal. Ach so. Wir haben einen Bisskönigreich. Aha, stimmt. Du warst ja auch so dunkel. Das ist ein Pazifisten. Ich hab mich schon mal richtig positioniert. Oh, da ist er. Oh, nein. Kampfstab. Neh? Schm ce Wenn ich nicht seh, wie fällt, dann fall ich auch nicht was für ein, was ich kaufen muss. Ich hab doch mit dem anderen g'sschmerzt. wenn es zwei item gibt und ist die stelle dort nicht anlegbar dann weiß ich nicht welches das bessere ist verstehst du und wenn du nur den preis schaue ich auch nicht das ist einfach nur das das ist doch so dass immer das der x einfach das mehr dauert auf 100 80 die leistung Boah, da braucht es gar nicht auf 100, Jolle! Das ist nur... Kostet auf 1400, gell. Tun uns Equipmentun! Ja, ich will! M-m-m! Ich meinte, das ist die Reihe von vorhin. Nö, die haben wir uns ja nicht so glücklich, gell. Ja, stimmt. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir jetzt keine Kohle mehr gehört. Ich bin ja nicht so glücklich, gell. Aber wir können uns ja nicht so glücklich, gell. Ich bin ja nicht so glücklich, gell. Das ist nur... Ich bin ja nicht so glücklich, gell. Ich bin ja nicht so glücklich. Oh Mann, sie hat mich auch verlesen. Was, was, was? Bei wo ist denn? Er war schon übel, er war Hepper im Gewand. Warum hast du das Leicht wieder gelesen? Nix.